Pass auf, Plankton, ich habe keine Ahnung, was du nun schon wieder vorhast, aber ich sag dir eins, es wird nicht funktionieren. Es gibt kein Vorhaben, Crab, siehst du nicht mein Friedensangebot? Was ist denn das? Haha, wirklich sehr komisch, Plankton, aber es braucht schon mehr als eine Stichelei gegen mein Analphabetentum, um mich zu beleiden. Ich geb auf, ich hab keine Lust mehr, dich zu bekämpfen. Aber was ist mit all den fieberhaften Versuchen, mir mein Krabbenburger-Rezept zu klauen? Genau darum geht's, ja, es waren alles nur Versuche und dabei bin ich ein ums andere Mal als ihr maligste gescheiter, die Schreck. Ein paar Sekunden später, als ich das noch erlebe, hätte ich nie gedacht. Wo ist er, mein wirbelloser Erzfeind von früher? Plankton! Nächsten Tag, Gefahr ist endlich vorbei! Nein, Plankton hat ein neues Leben angefangen. Freut uns das zu hören, Mr. Krabs? Ja, nicht wahr, du kleiner Schwamm? An die Teller, Spongebob! Wird gemacht, Sir! Let's this party! Hurra, gewonnen! Und ab geht der Boogie! Yeah, yeah! Zwölf Uhr, Mieternacht. Pat's Lake? Pat's Lake? Pat's Lake?